So meine Lieben, und damit hast du willkommen zur 50. Folge der FIFA 18 Karriere mit dem 1. FC Magdeburg. Und damit hast du willkommen zum nächsten Topspiel in der 2. Fußball-Bundesliga. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann mittlerweile das 3. Topspiel in Folge. Es geht ordentlich zur Sache. Ihr seht es im Hintergrund heute also die Partie gegen den FC Augsburg. Wir als Tabellenzweiter mit 13 Punkten. Augsburg direkt dahinter mehr oder weniger mit 12 Punkten. Das heißt, mal gucken was da heute geht. Zuletzt hatten wir den Sieg gegen Bochum, das knappe 1 zu 0. Was am Ende aber absolut verdient war. Und jetzt 2-3 Tage später also gegen Augsburg-Freunde. Richtig geile Partie. Ich bin gespannt. Wenn es euch heute wieder gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und checkt eben auch gerne im Livestream vorbei. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Plus ihr hört es vielleicht so ein bisschen auch an meiner Stimme. Ich bin noch ein bisschen am Kränkeln im Sinne von, ich habe einfach ein bisschen Schnupfen. Deswegen klinge ich ein bisschen komisch. Dementsprechend nicht wundern, wenn ich vielleicht heute ein bisschen brummiger klinge. Ja, das passiert. In diesem Sinne würde ich sagen, Quatsch, wenn ich lange drum rum. Wir gucken nur ganz kurz rein in die Aufstellung. Werden da eventuell jetzt wieder gucken, wie wir mit dem Herrn Schäfer planen. Schäfer ist nämlich wieder komplett fit. Das heißt, ich bringe ihn rein für Weil. Jetzt lass noch mal ganz kurz schauen. So, er war Rechtsfuß mit Freestar, Weakfoot. Er ist Linksfuß. Ja, dann ist das wunderbar. Niemeyer links hinten ist so in Ordnung. Kammerbauer passt. Christiansen, roter passt. Eisfeld. Einige haben sich gewünscht, dass mal wieder der Herr Bigalke spielt. Deswegen werde ich das machen. Lass uns wieder Bigalke mal mit reinnehmen. Vorne am Magen mit Low Camper. Ich denke, auch das ist in Ordnung. Auch das lassen wir so. So, Beck ist nicht mehr in diesem FIFA-Teil. So leid es mir tut für alle Magdeburger Ultras. Ist irgendwie nicht mehr so ganz so stark. Den kriegst du da irgendwie nicht mehr gut mit eingebunden aktuell. Müssen wir mal schauen, wie wir das angehen. Der wird langsam schon fast düker. Ein besserer Backup werden als Beck, Freunde. Ja, um mal wieder diesen Wortwitz auch mit reinzunehmen. Aber gut. Sonst, last mal ist bei Maltner. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Game. Und hoffen, dass wir heute vielleicht gleich die nächsten drei Punkte mitnehmen können. So langsam wird es ein bisschen unheimlich. So langsam wird es hier ein bisschen unheimlich. Was wir da schon wieder treiben. Aber gut. Mal schauen. Augsburg kein leichter Gegner. Augsburg vor allem rein, was so die spielerische Klasse angeht. Natürlich der Favorit irgendwo in dieser Partie. Auch wenn wir ein bisschen tabellarisch besser stehen. Einen Punkt mehr geholt haben. Aber was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen. Es ist gerade mal der sechste Spieltag in dieser zweiten Fußball-Budnesliga. Da ist noch nicht großartig was passiert. So. Eine kleine Info, die ich auch nochmal groß raushauen wollte. Eine kleine Info, die ich groß raushauen wollte. Das ist auch gut. Gut. Und zwar wird es in dieser Woche. Ich habe es jetzt die letzten Parts immer mal wieder angesprochen. Mal durchklingen lassen, dass demnächst wieder das Tor des Monats kommt. Wird jetzt wieder kommen. Und zwar gehe ich schwer davon aus. Einfach jetzt in einem der nächsten Parts. Also ich sage mal im Laufe der nächsten Woche irgendwann. Wo ihr dann wieder abstimmen könnt. Wer das Tor des Monats erzielt hat. Ich werde mal schauen, ob ich jetzt nur den aktuellen Monat nehme. Ich glaube wir schließen jetzt aktuell den Monat ab. Ich weiß gerade gar nicht welchen in FIFA. Oder ob ich den davor auch noch mit reinnehme. Damit man zwei Monate hat. Weil ich will ja wieder euch die fünf schönsten Tore präsentieren. Wenn dann aber in einem Monat irgendwie nur sieben, acht gefallen sind. Dann ist ja fast jedes mit dabei. Deswegen mal schauen, wie ich das genau mache. Aber kommt auf jeden Fall im Laufe der Woche. Da werde ich mir was Feines überlegen. Und das wird ja dann in Zusammenarbeit, in Kooperation mit Elgato Gaming passieren. Meinem Partner, wie ihr ja wahrscheinlich schon aus den Livestreams wisst. So, wir schauen mal rein. Augsburg, das treffsicherste Team der zweiten Fußball-Bundesliga. Das ist doch schon mal eine interessante Geschichte. 13 Budner erzielt in sechs Spielern. Ich habe jetzt da gar nicht geguckt, ob wir da auch relativ weit mit vorne am Start sind. Ich glaube aber, dass wir in dieser Saison eher weniger Tore erzielt haben. Na, also ich glaube da war eher weniger viel Action vorm Tor. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Wir sehen im Hintergrund nochmal eben schnell die Aufstellung. Schäfer nach seiner langen Verletzungspause also wieder in der Innenverteidigung mit am Start. Lohkämper Amang vorne drin auf der, im Doppelsturm mehr oder weniger. Brunst natürlich weiter im Kasten. Beck und Co. auf der Bank. Was aber dann viel interessanter ist, ist natürlich die Aufstellung von Augsburg. Da bin ich mal ziemlich gespannt. Wenn die so einen starken Sturm haben, ja wer spielt denn dann da, Freunde? Giefer im Kasten, der ist eher weniger an Toren beteiligt. Contento, Hinteregger, Govelu, den anderen habe ich jetzt gerade nicht lesen können. Und den Bayer-Kedira auf der Doppelsechs. Dann haben wir Usami, Kuh und Müller im Mittelfeld. Und vorne Finn Bogason, der scheint ordentlich Gas zu geben. Kiziu ist es auf der rechtsverteidiger Position. Aber Contento, Ex-Bayern-Spieler mit am Start. Und Nikolai Müller also auch bei den Augsburger Jungs. Wir gehen es an. Der siebte Spieltag in der zweiten Liga. Rein in die Partie. Mal schauen, was da heute so geht. Mal gucken, wie die Augsburger da heute agieren werden. Die natürlich ganz, 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 ganz schnell, Freunde. Also so schnell, wie sie nur können, wieder in Richtung Liga 1 aufsteigen wollen. Ganz klare Geschichte heißt, da hat man natürlich ein bisschen andere Ambitionen, als wir hier, die gerade aus der dritten Liga mal hochgebubst sind. So irgendwie. Mal schauen, was da heute passiert. Mal schauen, wie die treffsicherste Mannschaft der zweiten Liga heute hier in Magdeburg gegen uns klarkommt, Jungs. Die Partie von einem Jahr noch wäre es eine Partie zwischen dem Dritt- und dem Erstligisten gewesen. Jetzt spielen wir einfach mal beide in der gleichen Liga. So schnell kann es gehen. Bigalke sieht amang, amang, amang. Wird ein bisschen spitz der Winkel. Und dann Eißfeld, der den Ball ins Ausführt. Erste kleinere Möglichkeit nach sieben gespielten Minuten hier. Es ist ein Abendspiel, oder? So sieht es aus. Bei bewölktem Wetter, Schauersinn angesagt, heißt nicht so die optimalen Partien für zwei Mannschaften, die, denke ich, schon viel über technisch guten Fußball kommen. Und nicht über Rumpel, Rumpel, Rumpel. Wie man es vielleicht von dem Aussteiger, wie wir hier einer sind, hätte erwarten können. Aber ich denke, wir machen das spielerisch schon ziemlich ordentlich. Jetzt wieder amang. Guter Ball nach unten. Bigalke, der ja reingekommen ist. Bigalke, überragend. Bigalke, das ist nicht schlecht gewesen. Giefer fängt ihn dann ab, aber ein schönes Dribbling von Bigalke über die Außenbahn. Eisfeld, gut abgelegt, amang. Will den da durchstecken, klappt nicht. Und hinter Egger, der erfahrene Innenverteidiger, kommt dann dazwischen. Usami. Ist Usami nicht auch ein Ex-Bayern-Spieler gewesen, oder täusche ich mich? Ich glaube, ich täusche mich gerade, oder? Das wäre ja krass. Auffangstation für Ex-Bayern-Spieler dann hier, der FC Augsburg. Da ist Nikolai Müller, Ex-Hamburger. Immer Müller kommt. Wunderbar rübergelegt. Finn Burgesson. Erste richtig gute Möglichkeit für den FC Augsburg. Da duckt er sich noch weg. Finn Burgesson. Nicht perfekt anvisiert das Tor, aber die Riesenschance. Oh Gott, was ist das denn für ein Ball? Zum 1 zu 0, Freunde. Niemeyer bügelt da diesen schlechten Ball von mir gut aus. Dankeschön, Herr Niemeyer. Und dann allerdings eine ganz schlechte Ball-Annehmungnahme und der Konter für Augsburg. Kuh! Und dann kommen wir hin und können den so halb klären. Wir müssen uns ein bisschen mehr konzentrieren. Das war jetzt hier gerade nichts. Auch der Ball zu schnell wieder weg. Da sind wir zu riskant gerade im Aufbauspiel. Wieder Usami. Usami kommt über links. Usami abgelegt. Bigaki kommt nicht hin. Contento. Gute Flanke. Brunst kann erst mal so halb gut klären. Und Eisfeld beruhigt dann vorerst mal das Spiel. So muss das. Gibt einen Einwurf. Auch das war wieder riskant. Wir haben die ersten Minute eigentlich gut begonnen. Aber gerade ist alles ein bisschen zu risky, was wir da machen. Gut aufgepasst von Eisfeld. Gefällt mir nicht so ganz. Low Camper. Amang. Amang sucht den Doppelpass. Amang. Ah. Hätten wir knapp spielen können vielleicht. Stattdessen jetzt aber die Chance für Bigalke. 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 Und er macht den sogar. 1 zu 0. Der Mann, der von Neusch gefordert wurde. Mit dem Tor. 26. Minute. Bigalke. Überragend. Macht sowieso schon eine gute Partie. Und jetzt krönt er die Leistung hier. Nach einer knappen halben Stunde. Also auch noch mit einem wunderbaren Treffer. Wunderbarer Ball von Low Camper. Bigalke zieht in die Mitte. Und dann ist das nicht so leicht. Aber er lässt dem Keeper. Er lässt Kiefer. Keine Chance. Überragendes Ding. Schaut euch das an. Also besser kannst du diesen Ball hier nicht platzieren. 1 zu 0. So ein bisschen in der Phase, wo wir nicht so gut dabei waren. Erster Treffer von Bigalke in der aktuellen Zwei-Liga-Saison. Von dem her. Perfekt. Wie es Stand jetzt hier aussieht. Mal gucken, inwieweit die Augsburger jetzt hier mit wütenden Angriffen dagegen arbeiten. Khedira auf Müller. Kann sich da im Dribbling behaupten. Wieder Khedira. Khedira. Langer Ball auf den Flügel. Der ist gut. Usami kann den dann ablegen. Bayer. Und dann gibt es den Abstoß. Und dann können wir das Spiel jetzt erstmal wieder beruhigen. Halbe Stunde auf der Uhr. Er sieht bisher sehr ordentlich aus. Schäfer. Roter. Gut nach oben gelegt. Niemeyer. Eisfeld wieder. Niemeyer. Das ist nichts. Also das sollten wir uns ganz schnell abgewöhnen. Kuh. Schöner Ball nach unten. Usami-Borg Kammerbauer. Der war so enorm wichtig. Wenn der Pass sonst nach vorne kommt, gibt es die riesige Chance. Bayer wieder dazwischen. Kiziu. Ungewohnt viele Ballverluste. Durch dumme Pässe bei uns. Keine Abseitsmöglichkeit für Müller. 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 Brunst ist noch dran. Hundertprozentige für den FC Augsburg. Brunst macht das wahnsinnig gut mit dem Fuß. Und mit der Hand. Mit beidem. Holt er den da irgendwie noch aus dem kurzen Eck raus. Wahnsinns-Tatgegner. Den Ex-Amburger. Kuh mit der nächsten Kopfballmöglichkeit. Also man kann nicht sagen, dass Augsburg hier nicht in der Partie wäre. Die Chancen sind da. Aber das Tor. Das haben letztendlich wir gemacht. Und das klingt schon mal gut. Gut von Amang. Die Idee war wieder stark. Aber der Ball kommt nicht an. Usami. Es war, stand jetzt eine Einzelaktion, die dieses Spiel so ein bisschen entscheidet. Was heißt eine Einzelaktion an sich? Low Camper natürlich. Den darfst du da nicht außen vor lassen. Super Ball. Den er dann nach vorne spielt. Aber dann war das schon extra klasse. Wie Bigalke sich da durchtänzelt. Und dann das Türchen zum 1 zu 0 hier macht. Niemeyer. Schöner Ball auf den Flügel. Eisfeld sieht wieder Low Camper. Der sieht Christiansen. Bigalke. Ah, kommt nicht durch der Ball. Auf Amang. Aber gut wieder von Kammerbauer. Der eine ordentliche Partie macht. Viele, viele Zweikämpfe gewinnt. Auch wenn da der Ball kurz mal weg springt. Gefällt mir gut. War ein guter Einkauf, den wir gar nicht so oft immer erwähnen. Klar ist auch auf einer Position, die jetzt nicht ganz so spektakulär ist. Was ist das denn für ein genialer Angriff? Roter kriegt ihn da nicht unter. Was ein wunderbarer Ball von Amang. Und dann ist Roter halt auch nicht so ein Vollblutstürmer, der diese Dinger eiskalt reinmacht. Wunderwunderschön gespielt. Nee, aber Kammerbauer, wie gesagt, eine Personalie, der meiner Meinung nach echt eine super erste Saison beziehungsweise super erste Spiele für uns macht. Und das erwähnen wir nicht allzu oft, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Bayer. Gut. Von Fynn Bogason. Und Schäfer klärt den, naja, so halb gut, nicht wirklich gut. Dachte, der kommt an. Aber gut, Schäfer natürlich jetzt auch lange verletzt gewesen. Erste Halbzeit dürfte jetzt übrigens vorbei sein. Mal schauen, ein Angriff vielleicht noch. Nochmal Kuh. Nee, Schluss, aus, vorbei. Wir gehen rein in die Pause. Mal schauen, vielleicht spielt Stuttgart Zeit gleich, wie es bei denen steht. Nee, Braunschweig gegen Regensburg 0 zu 0 nach 45 gespielten Minuten. Ich werde soweit auch erstmal weiterspielen. Never change a winning team, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Aber ihr habt es vielleicht kurz gesehen. Eisfeld muss dann mit der Zeit hier trotzdem erstmal... Oh, er läuft nicht durch. Er läuft nicht durch, Kammerbauer. Schade. Muss dann mit der Zeit da trotzdem mal raus. Nicht mehr komplett fit. Aber hat auch seine Sache gut gemacht. Das passt. Wir spielen, wir spielen so ordentlich. Wir spielen es nicht gut, aber wir spielen so ordentlich stand jetzt, kann man sagen. Contento über links. Mal schauen. Der erste Angriff im zweiten Durchgang mit der Hacke der Contento. Gutes Ding. Usami kommen wir nicht in den Zweikampf rein. Und dann ist das überraschend. Also Kammerbauer heute. Der wird von Sekunde zu Sekunde stärker. Wahnsinn. Christiansen. Schöner Ball auf Amang. Amang nimmt Bigalke mit. Bigalke wieder Amang. Amang sieht Low Camper. Low Camper behauptet den Ball. Da ist Bigalke. Will abschließen. Wird gestört. Bayer hat ihn. 52 Minuten auf der Uhr. Also heute auch noch ein Sieg. Dann wird es richtig unheimlich. Kedira. Bayer. Kuh. Finn Bogason. Müller. Schiebt ein bisschen wieder Finn Bogason. Wieder Müller. Was ein schlechtes Tackling. Und dann aber gut geklärt. Riesenmöglichkeit, wenn die das ein bisschen cleverer ausspielen. Christiansen. Low Camper. Da ist Amang. Probiert den Ball auf Bigalke. Bigalke macht das gut. Bigalke. Der war nicht gut. Aber nochmal Low Camper, der nachsetzt. Guter Ball nach außen. Möglichkeit jetzt. Eisfeld mit der Flanke auf einen kleinen Namens Bigalke. Das kann natürlich nichts werden. Doppelwechsel jetzt bei uns Jungs, glaube ich. Schwede bringe ich. Heinke ist auch schon mittlerweile relativ kaputt. Aber will ich da viel wechseln? Ich bringe Zaheit hier nochmal. Oder? Ne, ich bringe Ludwig. Ne, ich bringe Zaheit mal wieder. Ich bringe Zaheit. Zaheit, Schwede rein. Nochmal ein bisschen mehr Power. Und ein bisschen mehr Kraft und ein bisschen mehr Frische da vorne in der Offensive. Einfach um jetzt sich nicht komplett für eine halbe Stunde hinten reinstellen zu müssen. Sondern damit wir nach vorne auch noch die ein oder andere Aktion fahren können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Allerdings jetzt erstmal aufpassen. Finn Bogason. Finn Bogason rübergelegt. Kammerbauer kann klären. Der ein bombastisches Spiel macht. Das muss man einfach mal so sagen. Kizu kommen so halb in den Zweikampf. Gebt aber wieder den Einwurf für Augsburg. Ich gehe mal auf ein bisschen defensiver, Jungs. Ein kleines bisschen defensiver werden wir das Ganze jetzt angehen. Niemeyer, schade. Gut gepresst. Kriegt ihr nicht. Kizu. Was? Ein Ball von Kizu. Wir müssen bekloppt. Und dann gibt es, glaube ich, am Ende den Eckball. Nee, es gibt den Abstoß. Alles gut. Halbe Stunde noch zu gehen an diesem siebten Spieltag. Da gibt es heute die nächsten wichtigen drei Punkte. Schwede. Low Kemper. Schön gemacht. Amang holt den Mann her. Gut. Cahed. Cahed probiert es. Ja, der war ein bisschen schwierig zu spielen. Die Idee war gut. Wenn der ankommt, ist es auch genial. Aber aus der Drehung den so an den Mann zu kriegen, ist halt nicht einfach. Stattdessen kommt wieder Usami für die Augsburger. Sieht vorne wieder Finn Bogason. 20 Minuten noch. Finn Bogason kriegt den nicht unter Kontrolle. Ball ist im Aus. Augsburg jetzt nicht mehr mit. Und den, oh, mit den Chancen wie im Durchgang 1, ja. Also man zwei, dreimal dann doch sehr, 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 um Gottes Willen. Sehr, sehr gut. Alleine vorm Keeper stand. Gott sei Dank die Chance aus unserer Sicht aber nicht nutzen konnte. Amang. Oh, schlechter Ball. Das ist heute ein großes Manko, was wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Unsere Genauigkeit, was die Pässe angeht. Das ist nicht so, nicht so, nicht so, nicht so stark, was wir da zeigen. Aber am Ende führen wir. Und das ist das Allerwichtigste. Darum geht es im Fußball. Schäfer. Gutes Seitenwechsel. Niemeyer Schäfer, der auch eine ordentliche Partie macht nach seiner Verletzungspause. Können wir uns nicht beschweren. Amang. Low Camper. Schöner Ball. Ja, fast kommt er da dazwischen. Kiefer klärt wieder. 20 Minuten. Nicht mal mehr. Auf der Uhr hier. Wir haben die Augsburger jetzt ganz gut im Griff. Schwede. Derweil rein für Heineken. Ich versuche der Defensive noch mal ein bisschen mehr Stabilität zu machen. Das ist immer so ein schwieriges Thema, eine Viererkette da auseinander zu reißen. Aber ich glaube, ich werde das jetzt noch mal probieren. Mit einer frischen Kraft da hinten noch mal. Dann das Ganze jetzt positiv über die Zeit zu bringen. Schwede. Schön. Gut rausgespielt. Christiansen. Gute Übersicht auf Kammerbauer. Der schiebt noch mal an. Macht das dann stark. Schön. Low Camper wird nicht angegriffen. Ja, dann schießt noch mal. Aber Giefer letztendlich ohne Probleme. Finesse versucht er. Aber funktioniert nicht. 10 Minuten, Jungs. Drückt die Daumen. Fynn Bogason. Langer Ball nach vorne. Kein Problem für Schäfer. Ist wieder komplett der Alte hier. Guter Ball auf Amang. Amang, jetzt ist die Lücke da für Low Camper. Low Camper kriegt da noch mal den Ball. Er kriegt ihn. Amang macht das gut. Amang nimmt ein bisschen Tempo raus. Überragend gespielt. Christiansen. Und dann ist es Low Camper, der da irgendwie mit dem Kopf versucht hinzukommen. Das war so nicht geplant. Jetzt allerdings die Kontermöglichkeit. 83. Minute. Govelu kommt über die rechte Seite. Abgelegt für den Bogason. Und dann ist der Ball nicht drin. Da wollte ich den wegschießen und spiel auch so sehen. Einen Pass. Riesenmöglichkeit für Alfred Finn Bogason. In Minute 85. Einmal ganz tief durchschnaufen. Das muss es eigentlich fast sein. Aus Sicht der Augsburger. Jetzt die Möglichkeit zur Entscheidung. Schwede. Kommt über links. Schwede. 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 Braucht zu lang. Es gibt auch nicht den Elfmeter. Hinteregger löst das fair. War nicht gut rausgespielt am Ende. Diese Kontermöglichkeit. Schmidt gewinnt das Kopfballduell. El-Govelu auf Finn Bogason. Finn Bogason, der heute ganz, ganz schlampige Pässe spielt. Das muss man einfach mal so sagen. Wenn der das ein oder andere Mal selbst abgezogen hätte, statt nochmal einen Pass zu spielen, wäre hier wahrscheinlich schon ein Tor gefallen. Bayer. Ball ein bisschen lang, aber kein Problem. Usami. Zwei Minuten gibt es nochmal obendrauf, Jungs. Die letzten Sekunden in dieser Partie. Finn Bogason nochmal. Nimmt ihn gut mit. Finn Bogason. Und dann sollte es das jetzt eigentlich gewesen sein. Brunst nochmal mit dem Ball auf Schwede. Der mit dem Fehler. Govelu. Finn Bogason. Finn Bogason. Der geht ans Ausnetz. Der darf von da nicht rein. Jungs. Schluss aus vorbei. Boah, meine Stimme, ne? Schluss aus vorbei. Wir bezwingen am Ende den FC Augsburg mit einem 1 zu 0. Ihr seht rein von der Statistik. Wären unentschieden vielleicht sogar mehr verdient gewesen. Aber von Augsburg kam insgesamt relativ wenig. Und wir mussten dann auch irgendwie nicht mehr so ganz konsequent das Ganze zu Ende spielen. Von dem her, alles gut. Drei Punkte, die wir einfahren. Wichtige drei Punkte. Braunschweig gegen Regensburg soweit 1 zu 1. Gerade aktuell der Spielstand. Ergebnis, was glaube ich uns aber eher weniger juckt. Werden wir gleich mal schauen, wo die beiden in der Tabelle aktuell stehen. Und dann sind wir natürlich auch gespannt, wie der VfB Stuttgart spielt. Stand jetzt sind wir Tabellenführer. Braunschweig. Doch, Braunschweig sogar auf 5. Und Regensburg auf 10. Okay. Schauen wir mal. Freiburg. Freiburg, Stuttgart. Wie die heute dann nochmal agieren werden. Gibt es den Dreier. Dann wäre man wieder vor uns. Freiburg könnte bei einem relativ hohen Ergebnis auch wieder vor uns kommen. Ah Mann, Spieler des Monats. Das ist absolut verdient. So, wir simulieren nochmal eben alles schnell. Und dann werden wir nochmal ein paar Tage voran simulieren. Fister macht einen kleinen Fortschritt. Meier macht einen kleinen Fortschritt. Sonst passiert da relativ wenig gerade beim Training. Der VfB Stuttgart noch nicht gespielt. Entweder jetzt haben sie gespielt. Und haben auch gewonnen. Monatsbericht Jugendmannschaft. Schauen wir mal, ob es da was Neues gibt. 6,80 bis 94. Das ist schon krass. Na, Fabian Schwarze da. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ja, ist okay. Ist okay. Lassen wir mal so weit, das passt. Sehr schön. Also auch da geht es voran. Das freut uns. Und dann gehen wir nochmal die letzten Tage voran. Ist das hier, war hier Länderspielpause oder was? Ah, wir haben Montagsspiel. Okay. Das heißt, wir könnten, wenn wir Glück haben, noch einmal trainieren. Müssen wir mal schauen, wenn ich relativ schnell genug da reinstoppe. So, einmal weiter und gleich wieder stoppen. Und dann können wir hier eben schnell oder auch nicht mehr. Da war ich wohl zu lahm, Freunde. Und der VfB Stuttgart nur mit einem Unentschieden. Heißt, wenn wir gegen Regensburg das Montagsspiel gewinnen, das nächste, ja, Topspiel, wenn man so will, dann wäre das stark. Amang muss Richtung Kamerun, Freunde. Zur Nationalmannschaft. Auch sehr geil. Vielleicht sein erster Einsatz für die Nationalmannschaft. Da hat er sich auf jeden Fall das absolut verdient. So, ich werde hier mal ein bisschen durchgehen und ein bisschen aufräumen. Ablehnen, das macht keinen Sinn. 76 bis 94er Potenzial. Hofstädter, lassen wir nochmal drin. Den können wir ablehnen. Den können wir ablehnen. Den können wir ablehnen. Den können wir ablehnen. Und den können wir ablehnen. Der könnte vielleicht noch interessant werden. Theo Hofstädter. Schauen wir mal. Achso, wurde aufgelöst. Ähm. Ja, komm, dann verpflichte ich ihn einfach mal eben schnell mit. Let's go. Wir müssen, glaube ich, scheinbar gleich wieder das nächste Dingens aufbauen. Das nächste, ähm, Lager hier. So, ich werde da größtenteils aber erstmal alle natürlich ablehnen. Außer, wenn nochmal ein ganz Interessanter dabei ist. Der könnte theoretisch, aber Falke, das lehne ich auch mal eher ab. Macht auch nicht so viel Sinn, meiner Meinung nach. Petra, äh, Petra. Peter Bauer. Petra Bauer, ganz genau. Den können wir ablehnen. 70 bis 94er. Albert Schmitz, den verpflichte ich mal. Den lehne ich ab. Den lehne ich ab. Komm, dann lehne ich den auch ab. Lehnen wir den auch ab. Das passt schon. Okay. Ähm, ja gut. Dann würde ich sagen, müssen wir uns im nächsten Mal ein bisschen um die Jugend kümmern. Und natürlich auch die nächste Partie angehen. Dann gegen, ja, den Regensburg. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Etwas kürzere Folge heute, muss man sagen. Äh, einfach mal entspannt in der Halbzeitpause der zweiten Liga aufgenommen. Am Samstag, man freut sich. Äh, in diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Läumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Euer Badeschlappen. Servus.